Hallöchen, ihr Lieben. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Herzlich willkommen zu eurer Tageslegung. Botschaft, wo immer sie auch euch hinführen soll, darf, wird. Vielleicht kommen neue Erkenntnisse. Und ja, ihr Lieben, alle, die eine Privatlegung gebucht haben, ich schicke die diese Woche noch raus. Und alle, die noch eine Privatlegung wollen, bis 31.07. Stichtag. Dann ist vorbei erstmal und im Intro, in den etlichen Videos, habe ich jedes Mal gesagt, wie es stattfindet, wie teuer, blub, blub, blub. So, wir fangen an, ihr Lieben. Noch zwei Tage habt ihr Zeit und wenn nicht, dann gibt es ja auch die Videos auf YouTube, damit ihr hier vorwärts kommt. Ich hoffe. I hope so, sagt man ja so schön. Ihr Lieben, wir gucken jetzt erstmal, was war. Wir machen gleich eine Gegenüberstellung, das ist immer so spontan. Sonstige Aussätze an meinem Korb, entschuldigt bitte, aber mein Eisenwert ist wirklich nicht da. Also nicht, nicht mal annähernd. Ich bin gerade dabei, mein Depot aufzufüllen, daher auch die ganzen Aussätze. Das ist jetzt kein Quatsch. Aber mir geht es soweit hier gerade ganz gut. Ich setze mich ja eh nur ran, wenn es mir gut geht. Und von daher sollte ich wieder irgend so ein Mummelkram labern. Dann sind das wirklich Konzentrationsstörungen oder zu viel Impulse. Das kann natürlich auch sein. Aber, bevor man denkt, ich habe hier geistig einen am Sockel, was ich teilweise auch schon dachte. So, passt auf ihr Lieben. Zwei der Stäbe, da fängt es schon an. Zwei der Stäbe, sechs der Schwerter, ihr. Sieben der Münzen, Schicksal, König der Schwerter. Ich meine, das fällt ja auch immer so, ja. Ich kann da auch nichts für. Ihr hattet hier mit einem extrem starken Stuhlkopf zu tun. Jemand, der von sich absolut überzeugt war. Wir haben den König der Schwerter. Könnte im Business eine hohe Anstellung gehabt haben oder eine Arbeit top, ja. Privates und Arbeit konnte man hier gut trennen. Konnte wirklich oder könnte jemand sein, der wirklich eine Führung, eine Führungsqualität besitzt. Wir haben hier das Rad der Schicksals und wir haben sieben der Münzen. Zum ersten Mal wird man wahrscheinlich mit dir in die Prüfung gegangen sein, dass man nicht alles bekommt, so wie man es gerne haben wollen würde oder möchte. Auf jeden Fall sehe ich hier ganz stark, dass selbst du für diesen Menschen eine Prüfung darstellst, ja. Und dieser Mensch hat es sich einfach zu einfach vorgestellt. Ich zeige euch mal sieben der Münzen. Es müssen mehrere Menschen daran arbeiten und irgendwie hat man dir die Aufgaben überlassen, die wichtig wären für eine zwischenmenschliche Bindung oder für berufliches Weiterkommen, ja. Du hast hier gemerkt, entweder hat es hier mit Beruf oder wirklich mit den zwischenmenschlichen Bindungen zu tun. Durch die Entscheidung, die hier gefallen ist, hast du aber auch eine Erkenntnis daraus gewonnen und gelernt, Dinge genauer anzugucken, ja. Du hast hier auch aus diesem ganzen Prozess gelernt, Dinge für dich genauer anzuschauen, die dir so offensichtlich noch nie bewusst waren, wie es zwischen euch hier offenbart wurde, stattgefunden hat. Je nachdem, ja. Ich mache mal weiter. Verliert den Verstand bitte nicht durch die Karten, sondern gewinnt an euren Impulsen. Das heißt Bauchgefühl, Kopfgefühl, jeder wird ja eine Art Bestätigung hier wahrscheinlich suchen und nicht erst als Neues oder Neuestes hören, wie war denn meine Beziehung eigentlich, sondern es geht ja immer eigentlich diesen Bestätigung für euch. Eigentlich machen wir mal weg, sodass ihr so ein bisschen vorwärts kommt, auch wenn ihr feststeckt, ja. Was war es denn? Wo hast du denn hier neue Erkenntnisse? Durch diese Entschiedenheit, Scheidung, Entscheidung. Was war hier bei dir auf der Seite los? Nee, du willst nicht reden. Dann machen wir mal hier weiter. Es war jemand, der Liebe für dich übrig hatte oder der total von dir angetan war oder ist. Auf jeden Fall war das so. Ob es so ist, kann natürlich auch noch sein. Wir haben hier den König der Kälte. Dieser Mensch hat dir aber mit der Unnahbarkeit sehr stark wehgetan, ja. Du konntest diesen Menschen nicht mehr einschätzen. Aber es liegt hier keiner vor, wo ich sagen kann, dieser Mensch hatte keine Liebe für dich oder hätte keine Liebe für dich, ja. Es war eine starke Verbundenheit, aber das war die Prüfung deines Gegenübers, ja. Klingt jetzt nicht toll, aber du wirst hier diesen Menschen auch Horizonte erweitert oder geöffnet haben, womit dein Gegenüber so noch nie konfrontiert wurde oder getriggert wurde durch all Themen in der Kindheit oder durch die Eltern. Aber es ist hier mit sieben der Münzen hat man sich hier eine andere Richtung vorgestellt, als wie es eigentlich zwischenmenschlich ablaufen müsste, zumindest nach deiner Vorstellung, ja. Ja, man kann wirklich sagen, mit dir fing hier ein neues Kapitel an in der Vergangenheit. Ich lege ja gerade das Vergangene. Wir haben das Erkan um die Welt. Und du warst, ich sag's mal wirklich auf dem Punkt, in diesem Fall von hohem Wert. Achtung, wie ihr das jetzt ummünzt, das Ein und Alles, ja. Manche schreiben sich sowas, manche sagen sowas, aber hier hat jemand wirklich dich sehr hoch getrunt vom Gefühl. Das, was man, glaube ich, nicht verpackt hat, ist wieder Liebe zeigen und dadurch Schwäche merken. Ja, das tut mir immer auch für Leute leid, die wirklich so festhängen, weil es schade für dich als Zuschauer ist, die so eine Sache hier durchgemacht haben. Aber hier liegt ein Mensch, der kann lieben, aber ist wahrscheinlich wirklich sehr schwer zeigen, ja. Und durch die Welt und das Rat des Schicksals wird man hier, glaube ich, in der Tendenz irgendwas getan haben, wo man seine Chance mit dem, was man durch dich hatte, komplett aufs Spiel gesetzt hat. Mit sieben der Münzen und Rat des Schicksals, ja. Weil hier kommt ja wirklich wieder die Beratung rein. Was hat man hier versaut? Hat man es hinbekommen? Oder hat man das nicht ernst genommen? Wahrscheinlich nicht ernst genommen, sonst würdet ihr ja nicht hier reinschalten. Es könnte auch Gespräche zwischen euch gegeben haben, wie was weiterläuft oder wie was funktionieren könnte. Deine Kompromisse, die Kompromisse deines Gegenübers. Und man wird auch da sich wieder nicht dran gehalten haben und wirklich die Prüfung nicht ernst genommen haben, ja. Deine Worte nicht ernst genommen haben können. Wie auch immer, weil König der Schwert, da ist ja doch schon eine Person, die sich wirklich sehr stark brüstet. Und die, ja, rational, definitiv und einen hohen IQ haben könnte, ja. Also ihr hattet hier nicht mit jemandem zu tun, der irgendwie toastbrotähnlich durch die Stadt rennt. Der nicht mal weiß, was dreimal sieben ist oder Punkt vor Strich Rechnung. Es ist wirklich ein hoher IQ. Und wie gesagt, das, was einem hier gut kommt für eine andere Welt, die nichts mit Liebe oder zwischenmenschlichen Beziehungen zu tun hat, da versaut man sich selbst das Gefühl oder hat man sich das Gefühl selbst versaut. Man steht sich im Wege, Liebe zu zeigen, ja. Und das ist natürlich dann die Art, wo ihr drunter leidet. So, mal gucken, ob du jetzt sprechen möchtest mit der Entscheidung, was dir hier bewusst geworden ist bei 6 Jahr Schwerter, dass du dich mal umguckst und merkst, worauf hättest du achten müssen oder worauf achtest du in der Zukunft. Ja, noch wissen wir ja gar nicht, wo es hingeht. Ist meistens bei mir so ein Anzeichen, dass wirklich keine Fehler wäre falsch, ja, weil dann wäre die Situation ja nicht so da. Aber ich musste ganz ehrlich sagen, du liegst hier als Mensch, der trägt so gut wie keine Schuld, sondern wenn man von Schuld, was ich ja sowieso hasse, überhaupt sprechen kann, dann ist es einfach die Beteiligung in dieser Beziehung, ja, in dieser Verbindung. Es kommt nichts raus, du hast dir scheinbar nichts falsch gemacht. Jetzt. Doch, eine Sache ist sichtbar. Du hast dir zu viel On-Offs gegeben, ja, weil du keine Sicherheit bekommen hast, keine Gradlinigkeit. Jeder hat für sich seine Welt gehabt, sein Gebiet, wo er professionell war, wo er super gut war, aber du hast wirklich die oder ihr habt beide die Ergänzung vergessen, dass es beides zusammenkommt, ja. Jeder hat wirklich hier wie auf der Karte in einem Strudel gelebt, sich gedreht, gedreht, gedreht. Irgendwie wolltet ihr voneinander beide nicht weg. Aber ihr habt gemerkt, durch den Sog, ja, jeder hat eine andere Richtung von Energie, kommt ihr nicht auf den gemeinsamen Nenner. Es müsste hier wirklich ein Einheitsstrudel ergeben, ja. Und ihr habt euch immer mehr entfernt. Jeder war in seinem Gebiet klasse oder spitze, aber im Zwischenmenschlichen habt ihr die Annäherung nicht mehr gefunden oder geschafft, ja. Jeder hat sich in eine andere Richtung gedreht, sehr viele On-Off-Prozesse. Und da fängt es ja dann an, wo ihr oftmals zugrunde geht, ja, weil ihr merkt, ihr kommt da nicht vorwärts. Ihr bekommt nur Versprechen, wie auch immer. Und dann hängt er da drin. So, wir hören mal eine Sprachnachricht. Soll ich es ein bisschen lustig machen für euch? Entweder war da jemand, der hat gesagt, please do what is best for your heart. Oder please do what is best for your heart. Hier merkt jemand, dass man mit dir falsch umgegangen ist. Könnte Eigenschuldgeständnis sein. Man hat gemerkt, man kriegt dein Herz nicht gerettet. Bitte lebe das, was für dein Herz am besten ist, ja. Und das sind so Sätze eigentlich, wenn ein Mensch wirklich nicht mehr lieben kann oder verzweifelt ist oder so stark liebt, dass man sich selbst überhaupt nicht mehr unter Kontrolle hat und merkt, man tut dir nur noch weh, ja. Weil nicht alle schalten ja jetzt gerade für eine Liebe ein. Man merkt, man hat dich hier nicht mehr halten können. Man hat dich verloren. Der Abstand wurde immer größer. Man hat auch nicht mehr dein Herz retten können, weil man seins auch nicht mehr unter Kontrolle hatte. Ja, das wäre so die Schattenangabe, dass man sich hier selbst von seinem Herz entfernt hat. Und wirklich deswegen auch sehr unnahbar kühl und ekelhaft. Es könnten auch wirklich bösartige Sätze hier rausgekommen sein, wo andere denken würden, mein Gott, ja, hat dieser Mensch überhaupt jemals lieben können? Aber dieser Mensch liebt, zerbricht nur im Moment, ja. Umso chaotischer, umso schlimmer das wird, umso mehr man von diesem Menschen verlangt, weil dieser Mensch wirklich denkt oder mitbekommen hat im Leben, ich muss mich alleine durchboxen. Ich bin schon immer danach gegangen, was mir am besten gut tut. Ist das so ein unnahbarer Mensch, kalt, unempathisch? Die Entwicklung ging wahrscheinlich wirklich ins Unempathische als Kalte, aber hatte trotzdem oder hat immer noch Gefühl für dich, ja. Und möchte eigentlich, dass du bitte wirklich das Beste für dein Herz machst, sodass es dir gut geht, weil man weiß, man konnte das Herz nicht retten und hat es wahrscheinlich wirklich komplett zerbrochen. In diesem Stadium hier passt das auch ganz gut. Ja, man hat gemerkt, man kommt ja förmlich gar nicht mehr an dich ran. Und andersrum genauso, ja. Aber wie gesagt, hier ist eine Prüfung. Da kannst du nicht viel machen. Eine Prüfung ist dafür da, dass dieser Mensch einfach auch ab einer gewissen Grenze oder ab einer gewissen Lebensstation jetzt mal hier anderes erlernt, an seine Grenzen selbst kommt. Und das Wichtigste ist, auch das versteht, was hier von einem gefordert wird, ja. Und das hast du wahrscheinlich in geballter Kraft alles abbekommen. Wie gesagt, ich erzähle das nicht, damit es sich schöner anhört, sondern es kam einfach nichts bei dir raus, ja. Und das habt ihr ja gesehen. Wir gehen mal in deinen Kopf. Wie ist gerade deine Kopfausrichtung? Was sagen die Karten? Das gibt es doch nicht. Geht's dir so schlecht? Dein Gegenüber liegt schon mal im Herzschmerz und im Kummer. Wir haben drei der Schwerter. Berühmte Mutterprobleme, ja. Berühmte Triggerpunkte, egal ob ihr ein Vater, Mutter, wie auch immer, Mensch, ob ihr ein Mensch seid oder ein Tier, ist nicht dein Ernst Miranda. Oh, ob ihr ein Mann oder eine Frau seid, ja. Es hat was mit dem Mutterthema zu tun. Mach mich stolz. Könnten Worte gewesen sein, eine Mutter, die ihren Sohn oder ihre Tochter nicht gehen lassen hat, sagen wir es mal, auf alle stellvertretend eine sehr dominante, übergriffige Mutter erlebt, ja. Dieser Mensch muss lernen, sich dort aus der Energie zu befreien, weil dieser Mensch hat auch in diesem Stadium als Kind schon Herzschmerz erlebt, eine Art Gefühl von Vergessenheit. Man kann damit nicht umgehen. Und wie willst du damit umgehen, wenn du es nicht kennst? Das ist so wie, es wird euch nicht trösten. Aber wenn du einem Kind eine Sprache nicht beibringst als Mutter oder Vater, dann kann jemand herkommen und überlegt mal, wie lange das dauert, bis man eine Sprache kann, ja. Und so war ungefähr auch euer Akt. Dieser Mensch konnte dich in dem, wo du empathisch drin warst, überhaupt nicht mehr sprechen, gefühlsmäßig sprechen, die die feine Verbindung zwischen euch nicht verstehen, ja. Aber all das ist immer noch im Kopf. Wenn man an euch zurückdenkt, weiß man deine Fürsorge, deine Liebe zu diesem Menschen, das Zusammenhalten, was du hier gegeben hast als Herrscherin, wir haben die gerade ziemlich oft, ja. Gestern war es ja genau so. Man spürt, ja. Man spürt es wirklich, dass man sich, und ich sage, fast selbst hasst. Also hier liegt ein Selbsthass vor, ja. Und das ist jetzt auch nicht, ich stecke dir mal die Voodoo-Nadeln irgendwo rein, sondern ich assoziiere damit sofort in dieser Verbindung, ich stelle mir mein Kind, also meine Kindzeit so vor, ja. Man will eigentlich diese Kinder, die inneren Kindthemen, die so wehtun, wegkriegen. Und da behandelt man sich selbst, ja. Man weiß, woran es liegt. Man ist schon auf dem richtigen Weg. Wenn man sich vielleicht selbst gewundert hat, warum erinnerst du mich ständig an meine Kindheit, die mir so wehgetan hat? Und man weiß aber trotzdem, du wolltest mir nie Böses, ja. Du wolltest mir immer nur helfen, du warst immer an meiner Seite. Wenn man zurückdenkt, warst du immer da. Jetzt gehen wir bei dir nochmal rein. Ach, da sprichst du. Wolltest du gerade erstmal hören, ob es das ist, ne. So, wo ist die andere Karte? Selbstverständlich. Weil wahrscheinlich warst du immer die erste Person, die du gesprochen hast. Und jetzt sagst du dir so, nee, jetzt warte ich erstmal. Ja, sechs der Kälte, vier der Stäbe. Du bist auch wieder ein Mensch, der urteilt nicht, wie was ist, wie jemand aussieht, wie jemand, wo jemand herkommt. Dir war es scheißegal, ja. Und ich sag's mal ganz ernsthaft auf den Kopf gekloppt. Dir war es selbst egal, ob hier jemand Geld hat oder nicht. Oder Notsituationen hinzukamen. Du bist einfach ein Mensch, der mit sich rein ist, der helfen möchte, der durch Sex der Kälte auch wieder alles zusammenhält. Das, was diesen anderen gegenüber hier leicht getriggert hätte, ja. Oder hat. Woher nimmst du die Kraft, alles zusammenzuhalten, ja. Das ist immer so, ich will nicht von Neid sprechen, weil dieses Wort hasse ich ist immer zu einfach gesagt. Hinter Neid muss ja ein Problem, ein Grund hinter stecken. Aber es ist so eine Art Bewunderung für dich mit dem Schmerz verbunden, was man selbst nie hatte, ja. Wenn man dich vielleicht auch bei Kindern beobachtet hat, wie du mit Kindern umgehst oder mit anderen Menschen, deine Liebefürsorge für andere Menschen, könnte hier schon der Triggerpunkt drin gesteckt haben bei deinem Gegenüber, dass man sich denkt, Wahnsinn, ja. Und ich glaube nicht, dass man das mit Absicht gemacht hat. Das waren so, ja, wieder hochgeholte, programmierte, festgesetzte Problemchen. Seelenrisse deines Gegenübers, ja. Und man sieht auch mit viel der Stäbe, was du hier bezweckt hast. Zusammenhalt. Zusammenhalt, das Zusammenhalten, das Auffangen, das Tragen. Und natürlich auch hier wird es irgendwann unertragbar, unerträglich, ja. Aber du liegst hier immer noch als Person, die sich das niemals abklemmen lässt. Das bist du, ja. Das bist einfach du. Hast du noch was? Du hast gemerkt, dass du dich selbst durch zwei der Münzen, die viel sogar direkt darauf, verändert hast, ja. Sieben der Stäbe ist ja immer so eine Kombination. Ich bin nicht mehr der Mensch, der ich mal war. Du hast selbst eine Selbstentfremdung gemerkt. Und da hast du wahrscheinlich selbst vor dir Angst bekommen. Oder auch gemerkt, hier kann irgendwas nicht stimmen. Wie war ich vor unserer Beziehung? Wie sehe ich jetzt aus? Wie bin ich jetzt? Wer bin ich jetzt? Du hast selbst gemerkt, dass du hier eine Veränderung gemacht hast, die nichts mehr mit deinem eigentlichen Ich zu tun haben, ja. Oder hat. Und du hast letzten Endes um die Bindung gekämpft und warst dir schon bewusst, du kommst da nicht durch, ja. Weil eigentlich möchtest du das auch so gar nicht erleben und weiterleben. Aber irgendwas in dir hat immer wieder geschrien, durchzubrechen, auszubrechen, durchzukommen, zu kämpfen, zu kämpfen, sperr mich nicht weg, lass mich zu dir. Also wirklich so das volle Programm, obwohl du gefühlt hast, das ist nicht richtig, ja. Wir gucken mal, ob dein Gegenüber hier noch was im Kopf sagt zu diesem Herzschmerz. Es ist ein Vermissen da, ja. Aber mit einer Dankbarkeit, ja. Ich weiß nicht, warum die zweite Legung jetzt so ist. Es ist zurzeit bei mir sehr viel Dankbarkeit, die rauskommt. Drei der Stäbe, ja. Es ist die Dankbarkeit, sich endlich fühlen zu dürfen oder auf dem besten Wege zu sein, etwas zu fühlen, selbst wenn es Schmerz ist, ja. Dieser Mensch war einfach von der Unnahbarkeit abgeschaltet im Gefühl, ja. Und das hast du alles wieder hochgekriegt. Dieser Mensch liegt gerade oder fängt an, sagen wir es mal vorsichtig für alle anderen. Ich meine, wir sind Milliarden Menschen, aber es wird für viele, ein Großteil, aktuell sein, für andere erst zwei Monate später, für andere erst nächstes Jahr, je nachdem, was wir hier für eine Verbindung treffen. Dieser Mensch spürt sich und selbst wenn es Schmerzen sind, die man spürt, man lässt sich fühlen, leiten, man gibt hier schon fast auf, ja. Man merkt all das, wo man sich gegengesetzt hat, ging in die Hose. Ich muss frei sein und mich führen lassen, mutiger sein, mutiger werden, mich auf das einlassen, ja, was kommt. Und bei der Schmerz scheint hier nicht aufzuhören. Man brennt, ja, das ist schön dargestellt. Ja, also eigentlich sind die Karten wirklich sehr, sehr toll, weil sie, man muss ja immer gucken, wie kombinieren die mit den Impulsen. Ja, es gibt ja Karten, dieses Licht- und Schattentarot, damit, es ist für mich nicht lesbar, ja, für viele, ein Lieblingstarot. Ich sehe Leere, bei mir funktioniert das Kartendeck überhaupt nicht, aber das ist ja auch so eins, was voll nach meinem Impuls angepasst ist, wo ich auch sage, hier musste es schmerzen, ja, dieser Schmerz musste hoch, damit man sich befreit, weil alles andere, wer will eine Heilung, wenn nichts wehtut, ja, da macht man weiter, da hält man durch, aber hier brennt jemand förmlich, ja, man merkt, man muss hier was ändern, man ist hier in einer Situation, wo man wirklich das Gefühl des Vermissens, der Dankbarkeit, den inneren Kindthemen, die du vielleicht gefördert hast in der Prüfung und man möchte nicht, dass man dir so wehtut, wie es einem selbst ergangen ist, deswegen auch, please do what is best for your heart, ja, und man merkt, egal wie eklig man war, kann ich dir mitteilen und das wisst ihr dann höchstens über Gespräche durch eure Verbindung oder auch durch Impulse, die ihr bekommt, ihr braucht euch ja nichts einbilden, Impulse kommen ja wahrheitsentsprechend, wenn man wirklich sehr feinfühlig ist, diesem Menschen tut es leid, dir wehgetan zu haben, ja, weil dieser Mensch genau weiß, wie es ist und man wird hier in Hang zur Übertriebenheit einfach gehabt haben, dich lieben, ehren, dankbar sein, aber gleichzeitig auch, ich sag's ganz vorsichtig, einen, ähm, ungeklärten Mutterhass oder, ja, irgendwas in der Art besitzen, ja, weil man vielleicht sehr lange zugucken musste als Kind, weil die Mutter vielleicht auch, ähm, falsch behandelt wurde von dem Vater, weil sie sich das vielleicht gefallen gelassen hat, es könnten hier in dieser Karte wirklich so viele Themen drin stecken, die man unbeabsichtigt auf dich rübertransportiert hat, um einfach nur zu merken, hey, das hab ich noch alles gar nicht verarbeitet und aufgearbeitet, ja, und egal wie böse und, und erbost du darüber bist, ist es die goldene Regel auf dich aufzupassen und, ja, irgendwann auch zu sagen, das hat mir alles so wehgetan, dass du auch daran zerbrochen bist, aber ich kann dir nur die Seiten jetzt erklären, ohne diesen Menschen in Schutz nehmen zu wollen, weil ich bin die Letzte, ich war nicht drin in eurer Verbindung, ich spreche nur das aus, was ich fühle heute, ja, wir gehen mal ins Herz, wie viel ist denn da eigentlich noch übrig, okay, auch da muss man erst wieder reden oder fühlen, wir haben das Erkanum der Tod mit der Skorpion-Energie, man kann echt schwer loslassen, ja, im Herzen, ich sag dir ganz ehrlich, vielleicht macht man hier Therapien, besucht sogar Grabstätten, vielleicht ist diese Mutter oder dieses Mutterthema irgendwo begraben und man will es wirklich lebendig machen, metaphermäßig gesprochen oder man besucht hier wirklich Grabstätten, geht aber in der Bekundung damit hin, wirklich auch deins zu fühlen, oder sie fühlt dich auch dort seit diesem Ende der Trennung, das ist ja aber wirklich, ihr sollt gar kein Mitleid bekommen, aber dieser Mensch hat wirklich, es wäre fast unmöglich gewesen, euch in einer Verbindung zu halten, weil ich glaube, dieser Mensch hätte sich vor Traurigkeit und Selbsthass, der hätte dir wirklich oder hat dir so viel angetan, was du nicht verdienst, ja. Wir haben acht der Münzen, man beschäftigt sich sehr stark mit seinem Gefühl, irgendwas ist noch unentdeckt, wir haben hier eine Krebsenergie mit dem Wagen, das Erkannung der Wagen zusätzlich sehr viel Gefühl, ja, sehr viel Gefühl, man sucht sich den Weg, um selbst für sich eure Verbindung zu verarbeiten oder die Trennung zu verkraften, wir haben Ritter der Kälte, ups, ja, das Gefühl schwingt in deine Richtung, ja, man kommt wieder auf den Trichter oder immer wieder dahin zu, das echte Gefühl gehört einfach weiterhin dir, aber man kann wahrscheinlich nicht, ja, man wird nicht können, man hat die Kraft nicht, aber alles, was man hier macht in der Heilung, kommt irgendwie immer wieder zurück zu dir in Verbindung mit dir, in den höchsten Tönen fühlt man dich, lobt man dich, ja, spricht vielleicht mit niemandem, aber so ist das Gefühl von diesem Menschen, bei dir im Herz, du hast mit deinen Blockaden zu tun, weil du immer nie wusstest, woher kommt das alles, warum ist das passiert, acht der Schwerter, dein Herz wurde hier wirklich enttäuscht, gebrochen, wobei, die wollte jetzt noch hier hin, drei der Kälte, dein Gegenüber hat vielleicht wirklich mit Dreierkonstellation, fremdgehen, und das ist es einfach auch, hier hat man blöde Sachen irgendwie gemacht in der Zeit, weiß aber, wo das Gefühl wirklich hinkommt, das wäre auf deine Seite, ja, vorher schon gewesen, aber man merkt, da hat man versagt, ja, da hat man irgendwas zugelassen, was hätte nicht passieren dürfen und das ist vielleicht auch dein Herzbruch hier mit acht der Schwerter, man ist sich hier bewusst, man ist offen und ehrlich zu sich selbst, ja, nur nicht zu dir gewesen, wir haben hier den Buben, der Stäbe, ach, vom Herzenswunsch würdest du gerne manchmal Nachrichten bekommen, Botschaften, ja, einfach nur zu wissen, wie denkt dieser Mensch, was geht in diesem Menschen vor, oh ja, wir haben Bube der Stäbe und Bube der Kälte, du würdest gerne wirklich manchmal für dich selbst erfahren, hat man hier noch Gefühl für dich, für was warst du gut, wer warst du, ja, aber ich musste ganz ehrlich sagen, so eine Frage werden so oft in den Privatlegungen gestellt, wo ich mir teilweise wirklich denke, oh Leute, ja, nicht, oh Leute, seid ihr blöd oder dumm, sondern man merkt einfach auch, schade, ja, schade, dass man wirklich noch in der Vergangenheit sitzt und einfach nur die Bestätigung der Ablehnung braucht und wissen will, ob da noch jemand selbst bestraft wird, selbst karmische Rückschläge bekommt, ja, und das ist ja immer auch das, wo ich wirklich sauer werde, ich glaube auch einige sind nach der Privatlegung gegangen, ich führe das ganz stark, weil die natürlich nicht gedacht haben, dass sowas rauskommt aus meinem Mund, aber da mache ich euch ja allen nichts vor, seitdem ich hier Karten lege, ja, es ist nicht gut, jemandem hier irgendwie Dreck am Hacken zu wünschen, weil ihr werdet es sehen, entweder werdet ihr mit dem Dreck jahrelang haften, zu tun haben, das sind dann die Menschen, die überall im Internet rumhopsen, mal bei mir, mal da, mal da, mal da und erzählen, wie toll und groß sie sind und wie sie das alles schaffen und bei mir nicht mehr und machen teilweise dann selbst irgendwie Kanäle, ja, mir schwebt so eine bestimmte Dame vor, die mal hier drauf war und sehr überzeugt drüber kam, aber von dem Content, was sie dann gibt, ja, es ist eine Dame, die sich nicht zeigt, denke ich mir so, hä? Hört auf, euch selbst voll zu spinnen, ja? Es ist ja gar nicht schlimm, dass man das wissen möchte, aber was ich schlimm finde, was ich nicht gutheißen kann, dass man hier jahrelang wirklich erfahren möchte, dass es diesem Anderen schlecht geht, dass man irgendwie gesundheitlich auch Fragen gestellt hat, wo ich mir denke, jetzt knallt es aber langsam in der Birne, man will wirklich teilweise manchmal wissen, was passiert gesundheitlich bei diesen Menschen, ich verstehe eure Wut, aber, nee, ich bin auch nicht der Weltretter, ich sage es einfach nur ganz vernünftig, kommt aus dieser Hasslinie raus, anderen Menschen die Pest ans Bein zu wünschen, weil ihr kriegt es immer doppelt und dreifach zurück, ja? Und das ist so das Größte, was noch in einer kleinen ausgeprägten Form wäre, wo ich sagen würde, finde ich absolut vom Gefühl, okay, einfach mal Mäuschen spielen und das Mäuschen spielen wir ja oder mache ich ja jetzt gerade für dich diesen Prozess, ja? Aber es bringt nichts, euch einzureden, stark zu tun, wenn ihr da noch nicht in der Heilung drüber seid, das wollte ich eigentlich mit der Dame sagen, weil dann immer so höchste Töne gesprochen wurden und eigentlich merkst du, diese Dame, die kriegt selbst nicht mit, dass sie eigentlich in den höchsten Tönen einfach im Dreck sitzt, anderen aber vorgibt durch die Texte sehr stark zu sein und das sind dann so Sätze mit mir nicht mehr. Auch sehr, wie sagen wir es noch? Der Mann hat mir nichts zu sagen. Ich weiß, das würde man bei mir gar nicht denken, aber ich bin nicht die Vollemanze, ja? Und das ist dann so, wo man merkt, oh, du merkst selbst eigentlich gar nicht, wie verletzt du bist und dann kannst du aber nicht, nicht anderen vorgaukeln, dass du schon geheilt bist, ja? Und das sind ja dann immer die Tröten, die von sich überzeugt sind und sagen, ich habe keine Schmerzen mehr, aber merken nicht, was sie darstellen, ja? Und darum geht es, nicht was die schreibt, die ist mir voll Humpe, ja? Das ist mir völlig egal. Ich gehe ja damit nicht ins Bett schlafen. Ich will nur sagen, dass ihr hier rauskommen müsst, wenn ihr merkt, ihr macht euch selbst was vor, dann lasst es zu, ja? Dann lasst den Schmerz zu und sagt, ja, okay, ich bin noch nicht drüber und weg. Nur so kommt ihr zur Erkenntnis und raus. Aber nicht zu tun, ich wünsche meinem Gegenüber hier das Schlimmste, weil mir wehgetan wurde, weil ich nicht vorwärtskomme, soll mein anderes Gegenüber auch nicht vorwärtskommen. Absoluter Bullshit, ja? Kann ich nur jedem raten, ihr seht euch alle in zwei, drei Jahren immer noch dort, wo ihr heute steht. Wichtig ist, dass dein Schmerz wieder geheilt wird, Dein gebrochenes Herz mit all diesen Enttäuschungen, egal wie perfide hier Sachen waren. Du musst lernen zu verzeihen, ja? Und das finde ich wirklich menschlich, ja? Einfach mal zu gucken, einfach mal zwischendurch wissen zu wollen, ja, wie geht es denn dem anderen? Ihr habt ja schließlich mal eine Verbindung gehabt. Was ist denn da los? Ich würde gerne Mäuschen spielen, ja? Vielleicht, weil du es auch selbst fühlst. Aber du bist hier eine Person, die einschaltet, die macht sich hier wirklich nichts vor, ja? Die weiß, dass sie gebrochen ist mit acht der Schwerter am Herzen. Und vielleicht gibt es auch noch Austausche. Es kann gut sein, dass ihr auch hier noch eine Verbindung habt und nicht rauskommt. Ab und zu könnten Austausche stattfinden. Ab und zu meldet sich sogar dieser Mensch, vielleicht seid ihr die Blockierten, vielleicht habt ihr blockiert und würde trotzdem gerne wissen, das sind menschliche Sachen, ja? Es ist normal, dass dein Herz so aussieht. Weil man es dir ja wirklich in der Ansage gebrochen hat, willst du natürlich auch wissen, ist das wirklich so ein schlimmer Mensch? Oder wo hast du dich verlaufen und verrannt, ja? Das ist ja deine größte Sorge, um hier rauszukommen und zu heilen. Du willst ja einfach nur wissen, wie konntest du dich so täuschen, ja? Was ist mit diesem Menschen passiert? Und deswegen sage ich das sehr gerade und sehr vorsichtig raus, dass ihr diesen Prozess für euch einfach absegnen könnt, indem ihr weiterguckt oder wirklich ausmacht, ja? tut euch hier nicht irgendwie selber Herzschmerz an, ja? Der nicht sein muss. Da stimmte definitiv irgendwas nicht auf der Seite. Ihr habt definitiv klar gelitten, ja? Aber bitte nicht im Hass, nicht Neugier, absolut verständlich, eventuell im Inneren auch, ja, ja, du wirst schon sehen, aber nicht ich wünsche dir Punkt, Punkt, Punkt an den Hacken, ja? Ich wünsche mir Krankheiten an, also das bitte nicht, ja, ey, da, auch dieses Mann-Frau-Gedenksel immer, ja? Ja, nur die Männer, nur die Frauen, nee, es ist, Männer schweigen vielleicht ein bisschen mehr, ja? Aber das gibt genug Männer, ich sehe es ja auch im Analytics-Bereich, ich bin gar nicht so Frauen beschlagen, ja? Es, es betrifft natürlich, aber es wird sich auch noch ändern, weil Männer gerade in diese Energie reinkommen. Viele Frauen, mehr Frauen gucken diese Videos, aber vom Prozentsatz sehe ich ja das Männliche, wenn die Angaben natürlich stimmen über die E-Mail Google, dann sehe ich ja natürlich, dass ja auch Männer einschalten, ja? Es ist keine Geschlechtssache, die hier abläuft, ob Mann oder Frau. Frauen können genauso schlanghaft sein, ja? Und das seht ihr ja spätestens in so einer Situation. Entweder wusste die Frau selbst nicht, oder es waren hier Frauen, die sich daraus ein Gaudi machen, genau so eine Situation zu zerstören, ja? Weil sie auch nicht Liebe empfangen kann. Kann sein, dass man sich mit so einem Monster getroffen hat, ja? Kann aber auch ein Mann gewesen sein. Je nachdem. Das sind aber Sachen, die haben nichts mit der Heilung zu tun, ja? Ob Mann oder Frau, es hat nichts mit der Heilung zu tun. Der Umgang, das Gefühl, wurde missbraucht. So, du willst auch nichts mehr sagen? Du kennst deine Baustellen bei 8 der Schwerter. Wir gehen mal hier in die Tendenz rein. Oh. Ich mach mal eine Verbindungskarte. 5 der Kelche. Ja, auch da habt ihr euch voneinander getrennt, entfernt, ja? Einer Wasser, einer Feuer. Man ist nicht mehr an diesen Menschen rangekommen. Es gab Situationen, wo du dir gewünscht hast, komm mir nicht zu nah, vor lauter Enttäuschung. Es war ja wirklich ein brennendes Feld. Jeder hatte so die Aufgabe, den anderen zu retten, aber Zeit verschoben. Du wolltest gerettet werden, wo du die Schmerzen empfangen hast. Dein Gegenüber wollte in die Rettung, als du diesen Menschen unbewusst getriggert hast durch deine Liebe, was man ja auch wirklich genossen hat. Aber die Prüfung, man ist an der Prüfung verzweifelt, ja? Oh, hier ist ja eine geflippt. Noch eine Verbindungskarte. König der Münzen. Ja, hier ist so wieder dieses finanziell aufgestellte Ding, ja? Da war man wahrscheinlich wirklich gut drin. Man wirkte auch sehr stark. Man hat sich auch das zum Ziel gemacht, was man sich vorgenommen hat. Man hat es durchgesetzt. Deswegen vielleicht auch die Empörung über dieses Scheitern eurer Bindung, ja? Das empfindest du nicht als passend. Das ist ja ganz normal. Dieser Mensch, der hat ja vorher auch immer alles dafür gegeben, etwas zu halten. Dieser Mensch war für dich im Umsetzen ein Meister vielleicht, ja? Wo du niemals gedacht hättest, dass man so ausfährt oder sich so entwickelt. Aber eure Verbindung war einfach nur purer Schmerz bei 5 der Kälte, ja? Ablehnung purer Schmerz. Hilfeschreie von beiden Seiten. Immer dann gebraucht, wenn der andere die Hilfe brauchte. Also ihr habt euch quasi wirklich entfremdet in diesem Moment. So. Tendenz. Jetzt. Selbstliebe, ja? Selbstliebe und die Chance auf Liebe kommt hier rein. Du fängst auch an. Dir wird bewusst. So geht es nicht mehr weiter. Ich möchte hier nicht mehr zugucken. Bei 10 der Stäbe. Ich muss raus. Ich muss mich befreien. Weil momentan hast du das Gefühl, du lebst in einer Hülle oder aus der Hülle draußen. Du machst deine Arbeiten. Du machst das, was gemacht werden muss. Kommst dir aber irgendwie nicht frei vor. Obwohl du am Alltag teilnimmst. Das wird jetzt hier beendet, ja? Mit 1. Kälte. Deine Selbstliebe und die Chance auf die Liebe. Hier macht was Klick. Sodass du merkst, so, oh, ja? Hier rumt es dann wirklich. Du merkst mit einem Schub, der kann von heute auf morgen kommen. Ich kämpfe. Ich stehe für mich ein. Ich habe das jetzt verstanden, was hier abgelaufen ist. Wir haben, ja, du siehst es ein, ja? Du willst hier nicht mehr in der Abhängigkeit leben. Da haben wir wieder dieses Feuer und gleichzeitig auch das geerdete Zeichen der Steinbock vom Akanum der Teufel. Du befreist dich selbst aus diesem Teufelskreis, ja? Du musst darauf achten, dass du keine abhängige Liebe mehr erlebst oder das Gefühl hast, jemand wäre aus Liebe abhängig zu dir, was dann völlig umgeschlagen ist, ja? Diese Präsenz, hier ist eine unheimliche, starke Präsenz zwischen euch, dass du das Gefühl hattest, du würdest niemals ersetzt werden, weil jemand abhängig von dir ist, ja? Durch Aufmerksamkeiten hast du das falsch interpretiert. Du hast gelernt oder musst lernen, loszulassen, ja? In Freiheit entsteht Verbundenheit. Wäre für dich vielleicht auch noch mal in der Tendenz eine neue Erkenntnis. In Freiheit steht Verbundenheit. Und ihr steht hier wirklich vor so einem Pakt, dass ihr habt euch beide hier keinen Gefallen mehr getan, ja? Aber es war intensive, brachiale Liebe, ja? Und warum auch immer, du kannst gucken, wo deine Prozesse liegen, bist du hier reingekommen für dein Gegenüber, um die Prüfung zu sein. Um das aufzulösen, wo dein Gegenüber hier gerade mit dem Herz drin ist, ja? Sich selbst zu fragen, sich selbst dem Schmerz zu stellen. Man wollte dich schon fast irgendwie auch, bitte mach das Beste, was für dein Herz gut ist, befreien, ja? Es könnten viele Provokationen gekommen sein, an denen du verzweifelt bist, weil du gehen solltest, aber du bist geblieben, aus Liebe, ja? Wir haben hier vier der Kälte und für dich steht es auch fest, alles, was von dir nicht mehr angenommen wird, auch nicht mehr als Lebensfreude gesehen wird, nicht mehr wertgeschätzt wird, hat bei dir im Leben keinen Platz mehr. Damit darfst du dich nicht rumschlagen, ja? Es besteht dir die Chance der Liebe, der Selbstliebe, aber das ist ja nun wirklich kein Zustand mehr, der dir bewusst wird. Es ist ja alles nur noch am Vegetieren gewesen. Du hast hier Energien gemerkt von diesem Menschen ist es egal, was mit dir passiert, ja? Aber nicht beabsichtigt, aber du hast es gefühlt und selbst da bist du abhängig gewesen. Das wird alles bewusst. Du stellst dich gegen dieses Ich bleibe nicht dort, wo einem das Gefühl gegeben wird, ich wäre als Mensch selbst egal, ja? Das ist passiert, weil dieser Mensch war sich selbst egal. Dieser Mensch hat die ganze Zeit gelitten und dir die Schmerzen, wie so oft, ja? Das ist auch nichts Neues, rüber transportiert. So, was hat man hier? Hier kommt man wieder ins Bewusstsein. Sechs der Münzen, ja, ne? Ja, sechs der Münzen. Ich muss hier die Energie wieder in Waage bringen, in die Waage ausgleichen. Ich bekomme nur noch das, was ich gebe und bringe. Ich hatte eben schon bei der ersten Karte einen Impuls, dass dir dieser Mensch irgendwann etwas mitteilen wird und zurückbringen wird, ja? Beziehungsweise wirst du hier irgendwas erfahren oder wahrscheinlich sehr stark mitbekommen. Dieser Mensch wird ein besserer Mensch werden. Dieser, ich bleibe dabei, hier liegt ein Mensch, der wird irgendwann auf dich zugehen oder es wird hier nochmal eine Situation geben. Ist natürlich jetzt schwer zum Heilen für die meisten, aber dieser Mensch möchte dir was mitgeben, sagen, auflösen. Auch wieder Türke aufpassen, warum kommt man, ja? Kann sein, dass man hier noch immer in einer Heilphase steckt, die natürlich sehr wehtut, die ist nicht einfach wegzublasen und sucht deine Nähe wieder, ja? Also ihr müsst gucken, in welchem Stadium seid ihr von On-Off-Prozessen, von Erlebtem und natürlich auch, wie weit hast du schon damit abgeschlossen, ja? Es könnten ja hier immer so Tricks sein, damit man wirklich nicht leiden muss und da bitte vorsichtig sein, aber ich habe das Gefühl, man will es dir wirklich zurückgeben, man will dich das wissen lassen. Wir haben nur in der Stäbe, vielleicht erkennst du es auch an irgendeiner Situation oder du hast Zugriff, ja? Dass du irgendwas siehst, dass es diesem Gegenüber leid tut, dass man hier so ein bisschen Reue zeigt und dir auch bewusst macht, das weißt du eigentlich schon selbst für dich, dass man einfach für sich selbst nicht mehr einstehen konnte, Das hatte nichts mit dir zu tun. Die Bindung entsteht in der Freiheit, hatte ich bei euch gesagt und genauso liegt das auf der anderen Seite, ja? Dieser Mensch hat sich festgesetzt, festgehangen, war selbst blockiert, wie auch immer, ja? Und hat sich übernommen, hat das nicht geschafft, was man nicht rauslassen wollte, ja? Diesen schwachen König der Kelche, diese Unnahbarkeit, hat man die ganze Zeit probiert zu tragen. Auch dieses König der Schwerter, man hat die ganze Zeit probiert, die Situation zu ertragen, zu tragen. Man war ab diesem Punkt nicht stärker, als man konnte, ja? Man konnte irgendwann nicht mehr für diese Einheit sorgen, weil man sich hier zu viele Sachen zugemutet hat. Ja, man hat sich zu viele Sachen zugemutet. Ich sehe gerade, ich habe vorhin, oder ich habe hier einen Hänger, ich weiß auch nicht, warum das jetzt wieder zurückkommt, habe ich hier sieben der Stäbe vorhin gesagt? Nee, oder? Aber es ist, die Deutung war gleich, ja? Ihr habt hier gekämpft, wolltet das nicht wahrhaben. Das passt, ich bin ja noch voll drin. Auch hier, jemand hat sich zu viel zugemutet, was man nicht tragen konnte, es war nicht mehr passend, ja? Es war einfach nicht mehr passend. Was haben wir noch in der Tendenz? Jo, ich würde sagen, das war wirklich die Prüfung, die man schaffen sollte mit Rat der Schicksals, ja? Man kommt hier in die Tendenz und man muss einfach an sich arbeiten, ja? Man merkt, man hat sonst auch kein Gleichgewicht mehr zu halten. Man hat hier sehr viel vergessen. Man hat sich ja vorher nur mit Cage und Schwert arrangiert und halten können, ja? Weil du vielleicht Stab und Münze mit reingebracht hast. Und auch sehr viel Cage. Aber dieser Mensch konnte ja durch seine Unnahbarkeit nichts zeigen. Hier gilt es in der gesamten Prüfung, die bewerkstelligt wird. Es wird wahrscheinlich dieser Zeitpunkt kommen, wo dieser Mensch dank dir gemerkt hat, ich muss alles, alle Elemente, die wir in Verbundenheit haben, aufs gleiche Niveau kriegen, ja? Das heißt, ich darf nicht mehr verletzen, bloß weil ich verletzt werde. Ich darf die Bodenhaftung nicht verlieren. Ich muss meinen Geist schärfen. Ich muss mein Bewusstsein verändern. Ich muss mein Unterbewusstsein annehmen. Mein Urvertrauen auch wieder leben lassen. Wir haben auch da schön die Acht mit dem Band, ja? Das Unendlichkeitszeichen. Frei von jeglicher negativer Energie. Man will sich dafür freisetzen, durchsetzen. Und hat auch wieder diese Lust mit der Stabenergie, ja? Diesen Stolz, ich habe hier etwas geschafft, dank dir. Ich weiß nicht warum, aber ich bleibe dabei, hier liegt ein Mensch, der wird dir danken irgendwann. Es wird, die Prüfung war das, ja? Der Magier. Diese Prüfung hat man nur dank dir geschafft und das weiß man irgendwann. Das wird nach und nach klickern und auch verstanden werden. Wärst du nicht ins Leben gekommen, wäre der Prozess, den wir hier zwischendurch hatten, ja gar nicht zustande gekommen. Man wird dir danken irgendwann, ja? Und du lässt von diesem los, ja? In Verbindung, in Freiheit entsteht Verbindung. Das hast du für dich jetzt mitgenommen in der Tendenz. Du hättest hier keinen Platz, du wärst immer wieder gefangen, ja? Du würdest den Lückenbüßer und auch für andere Sachen büßen, hast auch gebüßt. Das weißt du ganz genau, obwohl vielleicht dein Gegenüber auch nicht mehr das war, was du kennengelernt hast oder eben auch dich bei viel der Kelche siehst, ja? Dieses, du hast keine Lust mehr, du hast dich verloren, selbst im Äußeren, selbst in der Optik. Du fühlst dich einfach nicht mehr und für dich kommt in der Tendenz auch die absolute Wende, die Transformation, ja? Du lässt vom Alten los. Du weißt, das hat keinen Sinn mehr. Es wurde sehr viel zerstört, aber es muss komplett zerstört werden, für dich einfach geltend gemacht werden, ja? Dass du merkst, diese Verbindung nie wieder, wenn es was gebracht hat, sehr schön. Und das hat auch was gebracht und ich bleibe dabei, dieser Mensch würde dir eines Tages mitteilen, was los ist. Wir haben nämlich hier die Gerechtigkeit und neun der Münzen. Das wird wieder ausgeglichen, das Ding, ja? Hier ist jemand wirklich auf der Seite, der gemerkt hat, wie gerecht oder wie wichtig die Gerechtigkeit war, ja? Ungerechtigkeit ist ein Thema, da könntest du ausrasten. Wir haben hier die Waageenergie, das Luftelement schon wieder und wir haben auch hier diese neun der Münz Kombination, dass du deinen Selbstwert wieder bekommst, ja? Das ist so wie, irgendwann wirst du diesen Satz bekommen, ich kann nichts tun, ich habe gemacht, was ich konnte. Entweder hat es dieser Mensch verstanden, aber jetzt will ich auch wieder was zurückbekommen, ja? Du kannst nicht mehr geben, als du versucht hast zu geben, aber das scheint gefruchtet zu haben. Und hier mit der Gerechtigkeit bekommst du auch wirklich das, dass dein Selbstwert stimmt, ja? Du hättest ihn nicht zerstören lassen dürfen. Und die Gerechtigkeit ist auch irgendwie der Punkt, dass irgendwann jemand dir wirklich mit diesem Informationsmaterial oder ein Mensch dir zuflüstern wird, was hier los ist, ja? Dass man in höchsten Tönen von dir gesprochen hat, dass man seitdem man mit dir zusammen war oder seit der Trennung hat man sich hier um 180 Grad gedreht. Also du wirst hier irgendwas mitbekommen, dass du Teil einer großen Veränderung warst. Und diese Karte ist bitte so zu sehen, dass dieser Mensch dich aus Liebe immer wieder mit diesem Satz schützen würde, ja? Klingt jetzt sehr kitschig und sehr gefährlich, was ich hier raus sende, aber dieser Mensch weiß ja, wie sich Schmerz anfühlt und weiß auch, dass man dir sehr viel Schmerzen zugefügt hat, ja? Und das ist so fast die Strafe. Ich weiß, das können viele nicht verstehen. Die wollen dann lieber diese Liebe trotzdem leben. Aber es gibt Menschen und ich gehöre auch dazu, interessiert zwar jetzt kein Schwein, aber ich verstehe diesen Satz, wenn man einem wirklich, wenn so ein Vorfall passiert ist, sagt, gerade aus Schutz und Selbstbewusstsein und Gefühl habe ich keine Chance verdient, das irgendwie gut zu machen. Ich möchte, weil man weiß, man macht sehr viel kaputt. Man ist ja im Leben oftmals in Situationen, wo man sich sagt, man kriegt Beziehung gerade nicht hin. Es kann auch an einem selbst liegen, ja? Man kriegt sie einfach nicht hin. Man braucht noch eine Weile, bis es passt oder dann war es eben nicht passend oder wie auch immer. Und dann wünscht man, bevor man sich quält, diesem Menschen wirklich eher das, weil man ja weiß, was das für ein Schmerz ist, ja? Und man kann ja nicht nur aus Mitgefühl oder Liebe zusammenbleiben, wenn man merkt, man kriegt das nicht gebacken und getragen. Man tut diesem anderen Menschen die ganze Zeit weh, ja? Das ist heute so eine Energie. Ich empfinde manchmal die Karte als sehr komisch, aber das ist heute eine Energie, die nicht so Larifari war, ja? Die nicht bösartig, obwohl es wirklich sehr schmerzhafte Prozesse hier gegeben haben kann, natürlich. Aber dieser Mensch kommt in die Einsicht dank dir und du wirst einen großen Wert für immer bei diesem Menschen haben. Und ich habe auch das Gefühl, dieser Mensch wird dich nie vergessen, ja? Komplett nie. Es könnte sogar sein, dass hier unter Umständen Menschen bei sind, könnt ihr mir in ein, zwei Jahren reinschreiben, die hier eine Freundschaft sogar führen oder sich hier nochmal finden auf anderen Wegen, ja? Das ist heute eine ganz andere Energie, die ich hier aufnehme, weil man lässt sich irgendwie selbst nicht los. Fakt ist aber, bevor man so eine Tendenz wirklich für sich jetzt kollektiv annimmt, ist das auch nur möglich, wenn du hier die Transformation annimmst, ja? Das ist ganz klar. Du musst die Transformation so oder so annehmen und bestenfalls an dich denken, dass du jetzt hier erstmal rauskommst und wieder schöne Sachen erlebst für dich, ja? Diese annehmen kannst, weil dieser Mensch ist in diesem Prozess selbstzerstörerisch und selbstzerstörerisch zerstört auch dich aktiv momentan, ja? Da gibt es in der Energie gerade nichts zu verzeihen, aber dieser Mensch wird aufwachen und merken, was er bei dir gemacht hat, ja? Und darum geht es in der Tendenz. Ihr Lieben, danke schön fürs Einschalten, Kommentare, Werbung akzeptieren, Likes, hoch, runter, alle Support, ich danke jedem, euch muss es ja nicht gefallen oder hat es auch gefallen, danke schön. Ihr Lieben, bleibt gesund, genießt den Montag, tschüssi. Tschüssi.